Hallo und Willkommen zurück zu Up and Up. Das war sogar... Das war sogar mal ein relativ normaler Anfang von uns. Sonst fangen wir entweder an zu lachen, siehe The Room, oder machen sonst irgendein andern Zeugs. Wir sind wirklich gut. Ja, wir sind... Wir sind hier... Wie heißt das? Seriös, genau. Die Blase da oben sieht doch suspicious langsam aus. Jetzt müssen wir wieder an den Leveln an allen Ecken gucken. Lass mich mal hier so hoch werfen, wie wir können. Einfach nur, dass wir ein bisschen was von der Höhe sehen. Okay, da ist schon mal nix, aber hätte sein können. Dann gehen wir mal weiter. Warte. Mach. Okay, da hast du gerade schnell geleckt. Ah ja, ist genau richtig. So, und jetzt kannst du durchgehen. Ne, da unten ist auch so ein Teil. Schubs mich mal... Schubs mich mal hier hoch. Jetzt geh nochmal da rein. Ja. Und halt. Lass mich mal... Ne, lass mich dich mal hochschubsen hier durch. Achso. Jetzt geh mal da unten hin. Oh, du kannst noch höher. Kommst du jetzt schon in das Teil? Ne. Ne. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir doch mal ne Pause, weil mein Herz ist gerade echt irgendwie durch. Okay, komm. Oh, man hört dich gerade nur laggy. Oh. Okay, wirf mich mal hoch. So, schaffst du es jetzt immer noch alleine? Müsste klappen. Oh ja. Nochmal, ein bisschen mehr Schwung. Und hier. So. Ah ja, gut. Warte. Ah, jetzt sind wir beide unten. Warte, ich mach so. So, ich mach mir jetzt einfach mal, ich hab mir jetzt die Flasche offen hingestellt, so ich immer mal wieder was trinken kann. Ich glaube, es wäre besser, wenn du durchgehst. Okay. Mach beide. Ist gut. So. Okay, warte mal kurz. Bleib mal da stehen. Machen wir mal einen ganz kurzen Cut. Okay. Dass ich mich einfach um meine HTM-Wege kümmere. Okay. So. Dann versuchen wir jetzt weiterzumachen. Okay. Ähm. Schubst mich mal einfach warte. Jetzt nochmal. Nein. Jetzt schnell durch. Oh Gott. Nein! Du hast ein bisschen bei mir geleckt. Ja, du geleckst auch ein bisschen bei mir. Das ist unschön. Ja. Egal. Da haben wir die Punkte halt nicht. Ja, stimmt. Ich muss ja generell hoch. So. Ah ja, stimmt. Toll, der Typ lag bei mir natürlich auch. Das macht's auch nicht besser. Warte, ich geh erstmal nur durch. Es reicht, wenn ich durchgehe. Du musst nicht mit hoch. Warte. Ich springe. Nein. Okay, ich muss, wenn er oben ist, muss ich springen. Nein. Hä? Oder wenn er oben ist. Ja, komm. Das ist gerade nicht so leicht. Weil er ein kurzes Rhythmus hat. Ich versuch's einfach mal random. Und sterbe. Ich hab ne bessere Idee. Du kannst ja mit durchkommen. Und mich hier hochschubsen. Ja, okay. So, jetzt kannst du... Ha! Ich hoffe immer zu klatschen! Oh, nochmal! Hey. Ja, der zittert manchmal bei mir an von der Luft. Was soll ich denn machen? So, jetzt passe ich auf den auf. Boom. Jetzt spring ich hier durch. Und das bringt mir rein gar nichts. Oh. Ja. Komm mal hin. Ja. Du musst dich hochschubsen, oder? Ja, das oder ich schaue, ob ich da drüben weiterkomme. Aber ich fall doch in die Dinger. Ja. Weiß ich nicht. Da drüben komm ich auf jeden Fall durch. Ne. Einfach durchwaschen. Die ganze Geschwindigkeit. Nee, das wird nix. Warte mal, ich kann ja kurz springen. Springen, dann krieg ich so einen Boost, wenn ich so in die Richtung zurück bin. Okay, das hat nicht geklappt. Sehr gut. Oh. Sehr gut. Ja, warte. Ich zähle für mich einfach ab, wann er unten sein müsste. Ja, easy. Boah, so leicht. Ich hab grad nur mir erst mal reingesprungen. Was? Das hat für mich gerade geleckt, so dass es aussah, als er erst wieder reingesprungen. So, jetzt geh mal wieder zurück. Jetzt hab ich ihn durch. Heute ist diesmal schon wieder schlechter Verbindung. Seht ihr? Und Chani ist dabei gerade noch am besseren PC. Ja. Ja. Ist so. Den sie, wie bereits gesagt, nur temporär hat. Möchte ich gar nicht erst wissen, wie das jetzt laufen würde, wenn sie es nicht mehr wäre. Oh halt, schubst mich nochmal hoch. Ja. Pfff. Äh, mal ne andere Frage. Wir kommen ja generell nicht anders dahin, als wenn du mich hier hochschubst. Also mach das mal noch. Sonst kriegen wir ja den nicht. Ja. Komm rein. Oh, ist der grad gelackt. Ja, die ganze Zeit. Warte. Ich mach beide und du springst rein. Jetzt spring. Easy. Ich will schwimmen. Halt. Äh, ich muss nochmal zurück. Also ich weiß jedenfalls, dass du nicht mehr auf den Weg hast. Das sieht schon wieder stark nach diesen Zusatzteilen aus, wenn man hier immer durchspringt. Ja. Ah, achso, deswegen. Okay, gut. So können wir es auch machen. So, was ist denn hier? Okay. Darum ist das Teil. Ähm. Ich würde erstmal sagen, wir schubsen uns hier aneinander hoch. Oder an irgendeiner der Stellen. Halt. Warte, ich komm mal zu dir. Ein bisschen. Äh, bring mich mal... Ne, halt, das geht ja gar nicht. Das schaffst du ja nicht zeitlich. Oder bring mich mal in diese Blasen. Ach, das sind Blasen. Oh. Ja. Ich weiß nicht. Unten ist eine und hier oben sind zwei. Ne, daran kann ich mich nicht halten. Warte mal, lass uns mal in die Mitte gehen. Hier, mittig. Wo ich bin. So, ne, halt. Ja. Ne, das wird so nichts. Wir müssen irgendeine Stelle finden, an der wir uns gegenseitig höher boosten können. Ähm. Warte mal. Lass mich dich mal da unten hinbringen. Komm mal hier rein. Wo ich bin. Und dann tu ich dich da hin. So, und jetzt geh ich hier hin. Und jetzt stellst du dich da drauf. Warte mal. Lass mal einfach erstmal so bleiben. Super. Bringt mir das schon was? Ich glaube, ich könnte in die Blase. Ich kann's probieren. Ne, das reicht doch nicht, oder? Ne, das reicht nicht. Ich weiß nicht, aber können wir mehr Höhe aufbauen? Ich wüsste gar nicht. Hä? Ich wüsste nicht wie. Geh jetzt mal rechts rauf. Ja, das kann ich machen. Das ist schon mehr Schwung. Oder? Ist das mehr Schwung? Ne, gar nicht. Ne, weil du von der anderen Seite gekommen bist. Verdammt, jetzt. Jetzt hab ich's auch kaputt gemacht. Ja. Warte mal. Ich schubs dich auch nochmal hoch. So hoch die Rettung? Ok. Warte mal, wir müssen uns nochmal nochmal irgendwie... Verschieden hinbekommen. So. Jetzt haben wir wieder ne Höhe. Wir müssen uns doch irgendwie mit diesen gelben Teilen abwechseln. um an Höhe zu kommen. Ja. Wo kann man denn überall hin? Ich meine, was für Möglichkeiten hättest du jetzt und was für Möglichkeiten hätte ich jetzt? Ich könnte halt nach unten gehen. Entweder rechts und links auf das Teil. Aber es ändert sich ja beides nichts. Also ob ich jetzt hier runter springe oder verjahre. Irgendwie müssen wir die Blasen mal rürzen. Ja. Ist die nicht genauso weit weg vom Boden? Warte mal. Ist die nicht genauso weit weg vom Boden wie die andere? Komm mal von hier drüben. Und guck mal, ob du mich in die Weiße hier kriegst. Dann wissen wir ja, dass die genau gleich hoch weg sind. Bisschen weiter hoch, oder? Würde ich auch sagen. Ich meine, die ist ein bisschen höher. Ja. Aber in die andere können wir rein, ne? Ja, da kommen wir so rein. Schaffen wir das denn zeitlich? Warte mal, bring mich mal hier rein. Und dann versuche ich von der aus genug Zeit zu haben. Schaffst du das denn, in der Zeit zum Gelben zu kommen? Ich kann es versuchen. Ah, ja. Oh, oh, oh. Ja. Ja, okay. Ja. Jetzt müssen wir irgendwas anders machen. Jetzt musst du in das Weiße und dann, warte mal. Genau. Nee, rechts. Ich erkläre dir das mal. Du musst in das Weiße versuchen, genug Zeit zu haben. Und in der Zeit gehe ich hier rein und muss hier hin. Ja. Also warte und los. Nein. Ripp. Da musst du eher nach rechts lenken. Aber okay, wir haben es doch. Dann müssen wir fertig sein. Ja, das dachte ich mir eigentlich auch, dass es beim ersten Mal passieren würde. Aber es ist eben nicht. Ich denke, wir haben schon mit Glück. Ja. Ja, wie machen wir das jetzt? Wieso hat das eben... Halt! Ich gehe einfach früher nach rechts. Hä? Wow. Die ist direkt geplatzt. Dafür konnte ich nichts. Das habe ich in der Aufnahme. Ja? Nee, dann wird es aber zeitlich nichts. Hm. Das müssen wir jetzt von eben nochmal schaffen. Ja. Nee, ich muss irgendwann ein bisschen eher rüber. Ja, halt. Ja. Lauf. Nee. Ach. Kann ich denn nochmal in dem Zeitraum nach links rüber? Ist die nach links wieder gekommen? Ich habe es nicht bisher beobachtet. Komm mal. Dann können wir von hier aus, dass ich dich nach links rüber schweiße, dass ich bloß hier lang muss. Ach nee, da komme ich ja gar nicht durch. Oder? Wir können beide hier hoch. Ja, aber ich komme hier unten gerne. Ja. Ich muss. Da links rum. Das ist richtig. Ja. Ja. Okay, warte. 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 Oh, du machst schon. Oh. Ich dachte, ja gut. Ich dachte, wir können uns da, wir machen das mit Worten. Okay, okay. Nee, das Wort nix. Ich muss ja immer kurz, ich darf nicht abwarten, bis ich am höchsten Punkt bin. Also jetzt hätte ich rein theoretisch die Zeit gehabt, wieder nach links zu gehen. Ich habe das einfach mal so beobachtet. Ah, das sieht wieder gut aus. Ja. Boom. So, warte. Und geh jetzt. Da fehlt Zeit. Sonst, ach nee, geht gar nicht. Ich wüsste, wie wir mehr Zeit bekommen können. Du kannst ja einmal in die Blase und dann wieder zurück. Dann kommen wir auf jeden Fall nochmal höher. Nee, kann ich doch nicht, oder? Wenn ich hier wieder rausspringe, dann ist doch wieder Ende, oder nicht? Nee, nee, nee. Ich bleibe ja drauf. Ach so, okay. Ich dachte, okay. Gut. Ja, ich fall durch. Das sieht man schon immer vorher. Ja. Ich bin immer so schon nach dem halben Weg. Und dann kommst du wieder nach unten. So, jetzt geh rein und komm wieder zurück. Okay, warte. Siehst du, jetzt haben wir nur noch mehr Höhe, oder? Nee, ich glaube, das war wie so ein Maximum. Fühlst du dich jetzt höher? Eigentlich nicht wirklich, vielleicht ganz minimal und nicht besonders höher. Warte mal, es bringt mir ja nichts. Wenn ich jetzt links weiter testen würde, wenn ich links weiter wackeln würde, hätten wir ja trotzdem nichts verändert. Also halt um Zeit zu kriegen. Warte, wenn du gleich nach rechts rüber springst, also wenn du hochfliegst, auf das gelbe Teil und ich rechts rüber laufe, ist es nicht dann das Gleiche? Das könnte man schaffen, weil wir sind genau gleich schnell, wenn wir nach rechts laufen. Dann musst du aber mit mir direkt los. Also musst du direkt, nachdem du aufgekommen bist. Okay, warte. Das machen wir jetzt. Und, lauf! Na. Ich glaube, das ist ein bisschen davor gelandet, oder? Hätte ich das überhaupt geschafft? Weiß ich nicht. Oh, warte. Aber ich glaube doch, das geht. Nein, verdammt. Ja, das ist höchstens ein bisschen nervig. Vor allem, weil du der Läufer bist. Ja. Oh, das hat man wie geleckt. So. Und jetzt haben wir das. Warte, wir machen das noch nicht direkt. Das ist wieder unsere Höhe. Oder? Ja, wir sind genau so hoch. Warte, 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 warte. Nein. Ich wollte in die Blase. Okay. Nee, nee. Ich glaube, die hat beim letzten Mal keine Höhe verändert. Ja. Wir lassen das schon so. Das ist schon ganz gut so. Gut. So. Zack, warte. Noch nicht, aber jetzt hier nach. Wenn du jetzt wieder aufkommst, laufen wir los. Das hat bei mir geleckt. Genau da hat's geleckt. Na toll. Aber das habe ich jetzt inzwischen raus. Nein. Habe ich nicht. Yay. So viel Infekt. Nein, das sieht hoch aus. Aber es reicht. Yay. Oh. Boah, das war ja nochmal knapp. Okay, warte. Und jetzt? Oh, was? Ich dachte, okay. Ich wollte diesmal schnell machen. Wir können nochmal einmal warten. Ist gut. Ist gut. Warten mal lieber einmal. So, wir warten einmal. Zack. Zack. Bis hin. So, und jetzt, wenn ich fliege, direkt los. Ja. Oh. Und das reicht einfach nicht. Geh, geh. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Dann müssen wir das doch unten in die Blase fliegen. Dass ich in die Blase fliege und du in der Zeit rumrennst. Das klappt halt auf jeden Fall von der Höhe. Aber es war das letzte Mal zeitlich wirklich fast nicht machbar für mich. Ja. Aber dann probieren wir es nochmal so. Mit die Blase drin zu bleiben. Aber mit einer ist das schwieriger als mit zwei. Meinst du, das reicht? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube eigentlich nicht. Aber muss ja so gehen. Wenn du mit weniger Speed reingehst, dann bin ich ja auch länger drin, als wenn ich direkt durchfliege. Ja. So, jetzt wäre ich länger drin. Und jetzt bin ich halt ganz lange drin, weil ich nicht so viel Speed hatte. So, warte. Nee, die geht direkt kaputt. Ja. Also ich fliege einfach durch. Na, ich sehe schon. Okay, jetzt war ich zu schnell. Zwischen den zwei zu balancieren geht aber inzwischen eigentlich. So. Und zack. So, noch nicht direkt drüber, sondern jetzt gehst du rüber. Und ich versuche direkt mitzurennen. Okay. Oh. Was war das gerade? Hat bei mir jetzt wieder geleckt. Mir auch. Ich schaffe aber daneben. Oh. Und jetzt habe ich den Sprung nicht mitgekriegt. Oh Mann. So, warte und los. Niemals. Never. Never. Was kann man sonst noch tun? Nichts. Kapitulation. Ja. Das war's. Warte mal. Wie weit springen wir denn, wenn wir beide aufeinander sind? Können wir es vielleicht schaffen, beide da oben hinzukommen? Bestimmt. Aber ich glaube, selbst das würde nicht so ganz reichen. Ja, und wie sollen beide da hochkommen? Nee. Das ist rechts eigentlich. Ende. Nee, dann würde ich doch sagen, dass das nicht geht. Außer wir haben nochmal meine Cheater-Taktik, was ich ja damals ausprobieren wollte. Hier mit diesem... Ja, huff. Mit dem. Zack und dann durch. Was sagt denn die Uhr? Dass wir genau bei der Zeit sind. Na toll. Na gut. Können wir es ja später nochmal probieren. Wollen wir es später probieren oder wollen wir versuchen es rauszufinden? Wir können ja irgendwann mal wieder probieren. Wir haben ja noch die Hauptlevel, das ist ja so ein Bonusspiel gerade. Dass wir das irgendwann mal nachholen. Ja. Aber grundlegend wäre schon ungefähr, was wir machen könnten. Das klappt auch nicht so ganz. So, was kannst du denn in der Zeit noch tun, während ich hier bin? Ich weiß nicht. Hm. Okay. Dann erstmal danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Tschau. Tschüss. Tschüss.